So, die Lage spitzt sich langsam zu bei mir hier. Das ist echt nicht mehr lustig. Geht es zu wie in einem brasilianischen Knast bei mir gerade. Ich habe gerade eine Revolte gehabt. Jetzt muss ich vom Psychologen nur das Büro bauen und einen Exekationsraum habe errichtet, aber so weit bin ich noch nicht. Das da oben sind die Isolationszellen. Da funktioniert das Klo wieder nicht mehr. Das war super echt. Ja, ist dann einfach der Horror-Knast. Jetzt habe ich einfach nur eine Doktorin eingestellt, weil ... 19 brauchen medizinische Hilfe, 20 sind tot nach diesem Aufstand. Das war jetzt nicht gerade easy. Ich glaube am besten verkaufe ich den dabei. ... ... ... ... Das war's. Ich stelle noch eine Ärztin ein, glaube ich. Ich stelle noch eine Ärztin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stellen wir mal auf Normal. Zustände sind das bei mir echt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020